Die Stadtmauer ist eines der bedeutenden Kunst- und Baudenkmäler der Stadt Nürnberg. Im Norden ist die weitläufige Burganlage voll in die Befestigung integriert. In seiner langen Geschichte wurde Nürnberg nur einmal mit militärischen Mitteln eingenommen, 1945 durch die Amerikaner. Dass dies vorher nie geschah, ist nicht zuletzt auf die im Mittelalter als unüberwindlich geltende Stadtbefestigung zurückzuführen. Die vorletzte Stadtmauer Die ersten Befestigungen werden bereits für das 11. Jahrhundert angenommen. Im 13. Jahrhundert waren die Stadtteile beiderseits der Pegnitz, die Sebalder und die Lorenzer Siedlung, getrennt befestigt. Davon ist auf der Sebalder Seite neben der Burg und dem Tiergärtner Tor im Norden besonders der Lauferschlagturm im Osten erhalten geblieben. Auf der Lorenzer Seite steht noch der Weiße Turm im Westen der Altstadt. Reste des alten Stadtgrabens sind an der Grübelstraße, Peter-Wischer-Straße und Müllgasse erhalten geblieben. Erst 1320 bis 1325 wurden beide Teile über den Fluss hinweg durch Mauern zusammengeführt. Im Westen stehen davon noch der Henkerturm und der Wasserturm, im Osten der Schuldturm auf der Insel Schütt. Die letzte Stadtmauer Die letzte Stadtumwallung wurde 1400 geschlossen, war fünf Kilometer lang und bildete ein schiefes Parallelogramm. An seinen vier Eckpunkten wurden vier Tortürme errichtet. Die Stadtumwallung war gegliedert in die eigentliche Stadtmauer, den davor gelegenen ebenerdigen und 15 Meter breiten Zwinger. Die aus dem Graben aufhagende Zwingermauer und den Trockengraben insgesamt können etwa 130 Graben und Mauertürme nachgewiesen werden. Der um 1430 im Hinblick auf die Hossitenkriege ausgehobene Graben war durchschnittlich 12 Meter tief und bis zu 20 Meter breit. Aber nie mit Wasser gefüllt war der Bau des Grabens abgeschlossen. Den Zugang zur Stadt ermöglichten sieben Tore. Die fünf Haupttore mit dem alten Tiergärtnertor und den vier Neuntortürmen sowie zwei Fußgängerdurchgänge. Hinzu kam das zur Burg führende Festnertor. Dort, wo die Pegnitz die Stadt verlässt, wurde sie imposant von der Fronwiste von 1489-1494 überspannt. Im Osten sicherte der Tratzenzinger den Flosseintritt. Die Türme der Stadtmauer wurden 1540 umlaufend mit einer Kombination von Farben und Buchstaben benannt. Der schwarze Abschnitt beginnt im Norden bei der Burg und reicht bis zur Insel Schütt im Osten. Dort beginnt der blaue Abschnitt mit Blau A und reicht bis Blau X im Süden an der Frauenturmauer, wo er mit Rot A in den roten Abschnitt übergeht. Der bis Rot Z an der Spittler-Turmauer im Westen führt, von Grün A fortgesetzt wird und mit Grün O wieder an der Burg endet. Diese alten Bezeichnungen sind auch heute an den Türmen zu sehen. Erweiterungen Schon vor 1500 wurde damit begonnen, die Befestigung umzubauen und die Zwinger in Kanonenstellungen umzugestalten. Bei der sogenannten Remparierung wurde entweder die Zwingermauer in der Höhe reduziert und der Zwinger aufgeschüttet. Oder die Zwingermauer wurde um eine vorgestellte Mauer mit Kanonenstellplätzen verstärkt. Zusätzlich wurden alte Zwinger-Türme umgebaut oder abgerissen sowie neue Türme und Basteien errichtet. Die Umgestaltung begann beim Ein- und Austritt der Pignitz und endete bei der Mauer nördlich des Frauentors. 1527 wurde im Nordosten der Kübler-Zinger und im Südwesten der Tucher-Zinger jeweils als Rundbastei. Errichtet 1538 bis 45 die Burg Basteien im Norden und Westen der Burg erbaut. 1556 bis 64 wurden die vier Törtürme rund ummantelt und erhielten ihr heutiges beeindruckendes Erscheinungsbild. Der Laufer-Torturm, der Frauentorturm, der Spittler-Torturm und der Neutorturm. 1611 bis 14 wurde südlich des Laufer-Tores die Zinger-Mauer erneuert und die Würder-Tor-Bastei errichtet. Danach wurde die Stadtmauer kaum mehr dem Stand der Verteidigungstechnik angepasst. Auf dem Plan des Zeichners Hans Bin kann man den Zustand der Mauer in der Zeit um 1628, 32. gut erkennen. Bereits im Dreißigjährigen Krieg wurde Nürnberg weit vor der Stadtgrenze von Schanzen geschützt. Anpassungen an die moderne Zeit Die längere Periode ökonomischer Stagnation bis zur Industrialisierung im 19. Jahrhundert wirkte, wie bei der Gebäudesubstanz Alt-Nürnbergs. Musealisierend 1824 wurde vor der Fronwiste der von dem Mechaniker Konrad Georg Kuppler konstruierte Kettenstieg errichtet, 1930 wurden massive Stützen hinzugefügt. Die ganze Brücke wurde 2010 renoviert, bei der Übernahme durch Bayern 1806 behielt die Stadt die Festungseigenschaft. Die fünf Haupttore wurden bewacht und drei weitere Tore zur Nacht verschlossen. Der Verkehr in die Vorstädte wuchs ständig, doch bis 1866 wurden nur sieben weitere Stadttore genehmigt, die in das Wachsystem einbezogen wurden. 1848 Dekasekunden Max das Färber- und das Kasemattentor 1850 Dekasekunden Königstor 1859 Dekasekunden Marientor 1863 Dekasekunden Westtor und 1866 Dekasekunden Ludwigstor, sie wurden als neugotische Stadttore errichtet. Ein 1863 gestellter Antrag der Stadt zur Entfestigung wurde noch abgelehnt, da in München aus Sorge vor Unruhen die Festungseigenschaft als stabilisierender Faktor angesehen wurde. Am 12. Juli 1866 wurde die Entfestigung, auch in Erwartung einer preußischen Besetzung, genehmigt. In der Folgezeit wurde immer wieder über den Erhalt oder Abbruch der Stadtmauer gestritten. Vorerst behielt sich der König die letzte Entscheidung über jede bauliche Veränderung vor. 1869 wurde ein erster Mauerzug abgerissen, weitere Abrisse folgten. Aufgrund des wachsenden Verkehrs wurden 1877 bis 1891 die sieben neuerbauten Tore bereits wieder abgerissen. Weitere Mauerdurchbrüche wurden geschaffen. 1869 Dekasekunden Sterntor, 1871 Dekasekunden Würder Tor, 1881 Dekasekunden Haller Tor und 1894 in Form eines Brückenbaus das Fürther Tor. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Stadtbefestigung durch Luftangriffe teilweise stark beschädigt. Am 3. Oktober 1944 beispielsweise wurde bei einem Tergangriff die Fronwiste an der Pegnitz schwer getroffen. Nach dem Krieg wurden die Zerstörungen teilweise wieder behoben. In den 1960er Jahren wurden im Süden Teile des Frauentorgrabens zugeschüttet. Beim Bau der U-Bahn-Linie U2 wurde dieser Grabenabschnitt 1987 wieder freigelegt. Planungen für eine weitgehende Umgestaltung des Bereiches der Königsdor und Marienturmauer in den Jahren 1967-68 wurden nicht umgesetzt. Heutiger Zustand, wenn auch zum Teil stark restauriert bzw. wieder aufgebaut, ist die Stadtmauer fast komplett erhalten geblieben und umgibt die Altstadt. Die größte Lücke besteht mit über 310 Meter beim Laufer Totscham. Die Erhaltung der Mauer ist ein dauernder Prozess. 2005 beispielsweise wurde die Magsturmauer im Bereich Kübler-Zwinger restauriert. Hinter, auf und vor der Mauer und in dem stellenweise erhaltenen Graben gibt es zumeist öffentlich zugängliche Spazierwege. Der Graben selbst ist weitgehend parkähnlich gestaltet. Die mächtigen Bastionen westlich und nördlich der Burg sind als Burggarten eingerichtet und in der warmen Jahreszeit allgemein zugänglich. Am Ende des Zweiten Weltkrieges gab es noch 88 Mauertürme, heute sind es 71, davon werden viele von Organisationen, Vereinen und Privatleuten beispielsweise als Jugendzentrum, Beratungsstelle, Museum, Künstlertreff und Zimmer für Studenten genutzt und sind auf diese Weise zum Teil öffentlich zugänglich. Im 20. Jahrhundert wurde an der westlichen Stadtmauer, bei der Fronwiste, ein Altersheim gebaut. Dem zweigeschossigen Sandsteinquaderbau mit Wallendach schließen sich weitere Gebäude an. Die Mauertürme Grünes C, D und T wurden in die Bauten des Altersheims eingebunden. Im Bereich des Pegnitz-Einlaufes erstreckt sich auf der Insel Schütt als Teil der östlichen Stadtmauer der Tratzenzwinger. Dahinter erheben sich zwei Türme. Blaues A wird seit 1980 durch den Kreis Jugendring genutzt, der in einem weiteren Stadtmauerturm auch das Jugendheim-Neutor betreibt. Schwarzes Z beherbergt seit 1996 die Kasekunden Krakauer Haus. 1997 bis 2003 wurde im Mohrenturm beim Westtor das Museumturm der Sinne geplant und umgesetzt. 2004 wurde im Zwinger am Frauentorgraben zwischen Sterntor und Frauentor und weit des neuen Museums. Ein zum Museum gehörender und tagsüber frei zugänglicher Skulpturengarten angelegt. Der um 1480 errichtete Jakobsturm am Jakobstor wurde in Eigenleistung unter Leitung des Stadthochbauamtes 2005 entkernt und als Herberge für Fahrende Gesellen eröffnet fünf Schlafstellen. Eine Küchenzeile und ein Badezimmer stehen den Wandergesellen zur Verfügung. Anders als beispielsweise in Rotenburg ob der Tauber prägt nicht eine mittelalterliche Mauer mit begehbarem Wehrgang das Bild. Vielmehr bilden vier dicke Türme Eckpfeiler, zwischen denen sich die Mauerzüge erstrecken. Es gibt kein zweites Bollwerk dieser Art und Größe in Mitteleuropa, das die Zeiten überdauert hat. Die Zahl und die Verschiedenheit der Bauwerke macht die Ummauerung der Stadt zu einem Lehrbuch der Befestigungstechnik des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Historische Abbildungen Punkt 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 Punkt